Ah, Alter, Karneval gerade hinter mir, holy shit, man, ich bin, ich bin Tam am Arsch, ich bin wirklich gut gefickt, wenn ich das so sagen darf, ich bin wirklich extrem kaputt, es war eine extrem anstrengende, aber auch nice Woche, kann man glaube ich nicht anders sagen, es war wirklich, wirklich nice, ich hab jetzt auch echt lange nicht mehr gestreamt, man, äh, zum Release von Jause, ja, was soll ich sagen, Alter, ne, Jause lief krank gut, man, hätte ich nicht gedacht, ähm, nochmal, ganz kurz ein wenig Musik an, ein bisschen Lo-Fi-Hip-Hop gibt's jetzt zufällig, ähm, ja, man, was soll ich sagen, Alter, äh, sehr, 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 sehr krasser Release gewesen, Alter, von Jause, das Video hat jetzt glaube ich 800.000 Aufrufe, äh, auf Spotify war das glaube ich auch gar nicht so schlecht, lass mal gucken hier, Spotify, ja, Spotify, das Ding hat 200.000, äh, Plays knapp 190.000, Echtzeitstatistik 210.000, was soll ich sagen, Alter, krass, hätte ich nicht mit gerechnet, Mann, war ja mehr so ein Joke-Projekt, Alter, und trotzdem hat es so gut funktioniert, ey, crazy, 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 ey, was soll ich jetzt sagen, Mann, Karneval war auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Tam witzig, war wirklich, wirklich geisteskrank, ähm, nice, wir haben sehr, sehr viel gelacht zusammen, ich war super viel mit Luca und Gewitter im Kopf und so unterwegs und es war wirklich eine geile Zeit, äh, hat echt viel Spaß gemacht, so, ich bin aber auch ehrlich, Mann, ich bin jetzt wirklich erstmal komplett durch, Also, ich hab das Gefühl, äh, so, mittlerweile, Alter, äh, mittlerweile hab ich das Gefühl, man merkt wirklich, Alter, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man alt ist, ey, ich hab jause auch richtig oft auf so, äh, Karnevalspartys und sowas gehört, also, es lief teilweise auf der Zülpicher Straße, wo so, Haupt, was ist denn der Fokus, ja, ist so, die Haupt, die Haupt, äh, die Haupt, äh, die Hauptkarnevals, äh, Straße ist so die Zülpicher Straße und die Friesestraße, Und da lief's einfach in der Bar, fand ich richtig krass, Mann, richtig nice, dass das so gut funktioniert hat, der Song, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gestimmt, so, äh, generell, ich war jetzt die letzten fünf Tage unterwegs, Alter, meine Streams, muss ich auch ehrlich sagen, lag momentan komplett, äh, in der, in der, in der Regelmäßigkeit, also, ich komm einfach grad nicht dazu, regelmäßig zu streamen, beziehungsweise, ich käme schon dazu, aber ich bin ehrlich, Mann, ich hab wirklich nicht so sehr Bock, äh, oder nicht so viel Bock, wie ich Bock haben sollte, versteht ihr, was ich meine? So, ich freu mich immer voll, wenn ich dann einmal dran bin, aber zwischenzeitlich das Gefühl, als, ähm, ja, als, als könnte ich mich nicht dazu aufraffen, versteht ihr, was ich meine? Als hätte ich irgendwie nicht so sehr, so sehr, äh, Bock auf das ganze Ding, so, keine Ahnung, deshalb, äh, ach, schwieriges Thema, ich hab eben schon mit, äh, mit, äh, Dings drüber geredet, mit, äh, mit Papa Platte, so, irgendwie grade, komm ich einfach nicht dazu, beziehungsweise, kann mich einfach nicht durchringen, den Stream anzuschmeißen, ich hab keine Ahnung, Alter, aber ich glaub, da ist auch noch eine Phase und das geht wieder vorbei, äh, ich hab mir tatsächlich, eine Sache, die ich mir gleich erstmal mit euch anschauen wollen würde, ist, äh, das Video von, ich weiß nicht, habt ihr alle das Video von Jan gesehen? Habt ihr das, äh, Video von Jan alle gesehen? von Jan Meier, der, äh, ein Video darüber gemacht hat, ähm, Realtalk, was grade los ist, äh, wir können ja mal ganz was hier reinschauen, so, basically, sagt ihr da, Das ist eine, mir geht's ganz komisch dabei und das ist eine riesige Überwindung über so, über solche Gefühle und so, mit, mit Personen allgemein, ist es egal mit wem, ob es jetzt mit euch ist oder mit Leuten, die hier sind, zu sprechen, das fällt mir ultra schwer, das hab ich euch auch schon öfters erzählt, dass ich ein Problem damit hab, und diese ganze Sache ist ein ziemliches Scheißthema, ich hab noch niemals, über das gesprochen, was ich euch jetzt sage, aber ich find's sehr wichtig, das zu machen, es gibt mehrere Beispiele, zum Beispiel ist es so, Anna und ich, wir sind zusammen, das wisst ihr alle, und wir haben Also, basically, in dem Video, in dem Video redet Jan quasi nur darüber, dass es ihm gerade so ein bisschen, ähm, nicht so gut geht und so, und, äh, ich hab mir das Video halt schon mal angeschaut, so, glaub ich, kommentiert und so, ähm, und, ich glaub, er hat sogar Kommentare ausgemacht, das ist richtig krass, ähm, ja, also ich hab das Video auf jeden Fall schon mal gesehen, und Jan sagt einfach nur, dass es ihm momentan nicht so gut geht, weil er quasi aufwacht und so eine Leere in sich fühlt und sowas, äh, True Religion kenn ich ja und nicht weiß, wohin, und ich bin ehrlich so, äh, ich fühl mich, ähm, also zwischenzeitlich selber auch so, klar, so, ich war jetzt die letzten fünf Tage unter Menschen und, äh, hab so einen ähnlichen Vibe wie Jan vom, 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 vom jetzigen Standpunkt her So, ich weiß auch selber nicht, woher es, äh, woran es liegt, so, weil ich normalerweise, man wacht morgens auf, geht zum Sport, bla, 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 bla Aber momentan ist es bei mir auch ähnlich wie bei Jan, glaub ich, äh, wir wissen beide nicht ganz genau, wohin und, äh, haben theoretisch so viele Verpflichtungen, Alter, aber irgendwie kickt dann irgendwas rein nach, nach x Jahren Arbeit, so ein bisschen Burnout-mäßig, dass man tatsächlich erstmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen im Sack ist ein bisschen kaputt ist, wisst ihr, was ich meine, so, und das ist auch unter anderem der Grund, warum ich gerade so wenig streame so, ich fühl mich gerade einfach nicht so hundertprozentig, hundertprozentig bereit dafür, wisst ihr, was ich meine Ich meine, ich kann selber nicht erklären, so, alles läuft super, alles jausen und sowas, äh, jause und der ganze andere Kram Das war alles super geil und super erfolgreich und so und die Zahlen sind alles gut, ähm, aber ich kann, ich kann auch nicht genau definieren, woran es liegt, so, wisst ihr, was ich meine Ähm, man hat so, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, ich weiß nicht, es klingt so, also, es wirkt so, wie so ein bisschen, wie so ein bisschen Burnout, das, 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 das Ding Ähm, so, ich hab das selten, also, ich hab das selten, dass ich aufstehe und, äh, nicht weiß, äh, was ich machen soll Also, ich hab super, 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 super vieles, ähm, schämtig, es gibt Leute, die haben ein richtiges Burnout und nicht wen im Kindergarten Ja, gut, okay, äh, ich meine, du bist da nicht drin, so, du bist da nicht drin, du weißt ja nicht, Alter, was geht, danke für den, hat mich gerade jemand geradet, gehostet, ich glaube schon Dankeschön, Mann, vielen, vielen Dank, äh, oder ist es gerade einfach nur, ist es gerade einfach nur, ist es, ist es gerade einfach nur Ich weiß es nicht, Alter, ähm, ja, ja, was soll ich sagen, das ist auf jeden Fall so ein Ding, dass ich halt gerade überhaupt gar keine Ahnung habe So, wo, wohin, was ist das, ist das, ist das, ich hab hier gar nicht schon wieder, Alter, ey, Twitch gerade so belastend, Alter, ich schwöre es dir, Digga So belastend, Mann, hier haben wir das Zap-Mod rein, ähm, ja, wisst ihr, wisst ihr, was ich meine, so, äh, so, das, was Jan da gesagt hat, danke für den Zap-Mann Das, was Jan da gesagt hat, dieses so, man steht auf und weiß nicht genau, wohin, man, man hat diese Leere in sich und man hat eigentlich einen riesigen Berg an Aufgaben vor sich Aber, weiß halt einfach nicht, was abgeht, so, und so fühle ich mich gerade auch ein bisschen, ich weiß auch nicht genau, warum Ich nehme an, das wird sicherlich auch ein Stück weit mit der, mit der, ähm, noch relativ frischen Trennung zusammenhängen So ist ja auch super schwierig, wir wohnen ja quasi noch zusammen, verstehen uns noch sehr gut, ähm, aber, äh, das macht es natürlich nicht einfacher, voneinander loszukommen, wenn man noch zusammen wohnt Das ist natürlich auch klar so, das macht natürlich auch einiges mit einem so, und ich glaube, das ist alles so ein bisschen belastend momentan Deshalb, äh, ja, Streaming-mäßig momentan kommt ja dann rein, scheißen, Alter, muss ich ehrlich sagen, fuck mich auch wirklich extrem ab Ändert sich aber jetzt alles bald so, deshalb, ich kann Jan gerade voll nachvollziehen, Alter Und, ähm, weiß auch, dass es sehr, 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 sehr fühlen so geht Und ich weiß auch, dass auch sehr viele das schon durch hatten, so, ich glaube, Monte hatte das schon durch, Papa Platter das schon durch Es gibt viele Leute, die das gar nicht ablegen können, für mich ist es aber auch ähnlich wie für Jan Das ist einfach ein sehr, 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 äh, bedrückendes Gefühl, wenn man das nicht kennt Also, ich will jetzt gar nicht rechtfertigen, dass jemand, der irgendwie sowas chronisch hat, der das schon gewöhnt ist, ähm, dass der damit anders umgeht Oder besser umgehen kann, um Gottes Willen, nein, 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 aber ich glaube, wenn man das noch nie hatte Wenn man das noch nie hatte, dann fühlt man sich immer so ein bisschen lost und man weiß nicht, wo man hin will Und man, 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 man lebt so in den Tag hinein, wisst ihr, was ich meine Und für mich ist es ganz weird, muss ich ehrlich sagen Für mich ist es super weird aufzustehen, Alter Und nicht, nicht direkt 100% Leistung geben zu können Beziehungsweise körperlich, ja, aber mental einfach, nicht wisst ihr, was ich meine So, man, man denkt dann, okay, am liebsten würde ich jetzt einfach rausgehen und aufkicken und anfangen und hustlen Weil ich habe ja noch super viel zu tun Aber auf der anderen Seite will man sich dann doch irgendwie wieder so ein Bett verkriechen Und das kenne ich von mir eigentlich, deshalb war das ein bisschen weird für mich Wie gesagt, ich glaube, da spielt echt vieles mit ein Sehr, sehr viel mentaler Stress, sehr, sehr viel Stress generell So im ganzen Kosmos bei uns passiert so viel Wir haben, Cybergen ist jetzt zu Space Music geworden, weil da hinter den Kulissen einiges passiert ist Wir mussten uns von ein paar Leuten generell trennen Dann noch die Trennung bei mir zu Hause Ich werde das demnächst mal umziehen, dazu später mehr All das so und ich glaube, das macht halt auch irgendwie voll viel mit ein Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich da ein bisschen zurücknimmt Was ich aber eigentlich gar nicht möchte und das ist halt genau gerade dieser Kopfweg, den ich habe Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht warst du einfach in letzter Zeit einfach zu viel unter Leuten, bist du jetzt einfach allein Kann auch sein, vielleicht kann ich auch einfach nicht allein sein Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht fehlt mir das so ein bisschen So, ähm Kann natürlich auch sein, keine Ahnung Es ist halt so, also als Jan dieses Video rausgebracht hat, habe ich mir gedacht Krass, eigentlich sollte ja alles cool sein und eigentlich ist ja alles nice Aber ich konnte 1000% nachvollziehen, was er da sagt Wisst ihr, was ich meine? Weil ich komplett gewusst habe, wie er sich in dem Moment fühlt Es ist halt super weird für jemanden, der das noch nicht hatte Wisst ihr, was ich meine? So, man steht quasi auf und, ähm Eigentlich bin ich, ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt Mit meinem Hund raus zum Sport Aber jetzt irgendwie halt anders, wisst ihr, was ich meine? Und ich will, um Gottes Willen, es ist nicht dramatisch oder so Ich will mich nicht umbringen oder sowas Aber es ist halt wirklich, wirklich seltsam mit dieser mentalen Leere so ein bisschen aufzuwachen Und nicht zu wissen, ähm, wohin, Alter, wohin? Also das war das Ding, relaxe erstmal und dann mach weiter Ist, ist auf jeden Fall eine Ansage so, ist auf jeden Fall eine Ansage, keine Frage Ist halt nur, das Ding, hilft mir das wirklich weiter? Also ich meine, vielleicht ist sogar die Beschäftigung nicht verkehrt Ich kann's, ich kann's nicht genau sagen, Mann, ich kann's nicht genau sagen Es ist halt, ja, es ist halt einfach gerade so der Grund, warum, warum auch so unregelmäßig Videos kommen und so Und ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, was gerade auf meinem Kanal kommt Und was gerade auf Twitch passiert und so Ich weiß nicht, ich hätte da gerne viel, 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 viel mehr Struktur drin und so Aber das kommt, glaube ich, alles mit der Zeit Ich glaube, das braucht einfach wieder ein bisschen Ähm, ich nehme an, dass da auf jeden Fall, wie gesagt, immer noch so ein bisschen Der, der verschleppte Schmerz von der Training auf jeden Fall mitzieht Dann super, super viel Stress, den wir einfach haben Yeah, yeah, nix, hilft das, Mann, das hat ja nichts mit Mimimi zu tun, Alter Ich kann ja hier ganz offen mit euch reden, so wie es mir geht Ich beschwere mich ja nicht so, ich sage ja gar nicht, äh, mir geht's so schlecht Mein Leben ist so scheiß, um Gottes Willen Ich weiß, wie goddam nice mein Leben eigentlich ist Und dass ich mich eigentlich über nichts beschweren brauche Aber, ähm, ja, es gibt, es gibt diese Momente, wo es einem, äh, trotzdem mal Trotzdem, äh, obwohl man eigentlich alles hat, irgendwie fehlt etwas Und so geht's mir gerade so ein bisschen Ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber ich denke mal, das werde ich irgendwie schon outfickern Ähm, dann hat sich bei uns noch einiges ergeben Äh, hoffe, du kommst dann schneller, Laurenz, dankeschön Ich hoffe auch, dass ich schneller komme, Alter Äh, Urlaub und sowas ist auch gerade für mich gar nicht das Richtige Hab ich auch drüber nachgedacht, ob das irgendwie nice wäre, jetzt einmal in Urlaub zu gehen oder so Aber, ich glaube nicht, dass mir das jetzt weiterhelfen würde Ich glaube, es ist wichtig, dass ich erstmal hier meinen ganzen Scheiß aussort und so Und, äh, ja, so langsam mal den Move mache Äh, der Move, von dem ich gerade rede Ich ziehe wahrscheinlich, also ab nächster Woche Samstag kamen wir in eine neue WG Ich ziehe mit einem Kollegen von mir und meinem Bruder zusammen in eine WG Ich hätte die alte Wohnung auch behalten können, so finanziell, no flex, wäre das vollkommen problemlos gewesen Hab mich aber dagegen entschieden, weil ich irgendwie gesagt habe, boah, äh, ich will auch da so ein bisschen abschließen Und vor allen Dingen, äh, primär einfach auch eine bessere Wohnsituation für den Hund schaffen, so, äh, mit mehr Auslauf und sowas, bla 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 Komm Vlogs zum Umzug, muss ich schauen, ich wohne nicht alleine in der Wohnung, so Ich wohne mit meinem Bruder, meinem Freund, da muss ich gucken, was ich machen kann Eine Roomtour von meinem Zimmer und den anderen Zimmern wird es vielleicht wahrscheinlich geben Ja, safe, also ich denke schon Ähm, ja, also wie gesagt, nächste Woche Samstag ziehe ich um Äh, freue mich auf jeden Fall übertrieben drauf, beziehungsweise nächste Woche Samstag mit Schlüssel umziehen werde ich wahrscheinlich erst später Koch-Livestreams kann ich dann auch endlich machen Wir haben eine geile Küche drin, so, wir haben auch lange gesucht Äh, Jodie zieht dann auch in eine eigene Wohnung Wir wohnen relativ close noch beieinander, glaube ich sogar Also, was heißt glaube ich, also ich weiß es Äh, und werden es auch noch weiterhin sehen So, ich habe auch mal überlegt, generell mit Jodie nochmal ein separates Video zu machen, so Sie macht ja auch dieses, wie geht's dir Format Und ich glaube, das wäre eine ganz coole Geschichte, auch für meinen Kanal Das mal gegenseitig so ein bisschen abzuklopfen Äh, weil ich auch super, super viele Richtig, richtig weirde Nachrichten bekomme Von Leuten, die sich in irgendwas rein, äh, mit in irgendwas reinsteigern So, wo ich mir so denke, alter, holy shit, was geht ab Noch immer in Köln, ja Ich werde auf jeden Fall in Köln wohnen bleiben Wir haben jetzt eine richtig schöne, äh, Wohnung, äh, gefunden Und, äh, mehr vloggen wäre auch wieder nice Ist auch so ein Ding, genau, ist auch so ein Ding So, Vlogging habe ich auch wieder Tamm Lust drauf, alter Äh, guckt mir gerade so viel dazu an Ich habe jetzt auch hier mein Team so sitzen Ich habe Leo, ich habe Tobi da Genau, das ist es ja Eigentlich, das ist ja genau der Kopfweg Eigentlich ist ja alles geil Eigentlich ist ja alles gut So wisst ihr, was ich meine So, man Hat die neue Wohnung Man, äh, hat, man hat, ähm, man hat einen Hund Man hat seine Mitarbeiter Man hat seine Freunde Bla, 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 bla Klar, die Trennung spielt da immer noch echt mit, so Aber auch da, zwischen uns beiden ist alles cool Und wir reden ganz normal miteinander Und das ist alles nice Aber irgendwie, wisst ihr, was ich meine Irgendwie, irgendwie fehlt das Das Wetter ist schuld Kann auch safe sein Kann auch safe sein, dass irgendwie, äh, das Wetter Mies böse reinkickt, man Weil halt gerade Vitamin D-Mangel des Todes ist, alter Ich fühle auch manchmal meine Leere Aber ich glaube, das liegt am Wetter Kann sein Vitamin D-Mangel auf jeden Fall Ich nehme eh, äh, Vitamin D-Tabletten so Und, ähm, war auch diesen Monat Da sehe ich das erste Mal sehr lange Zeit um Solarium Macht auf jeden Fall einiges Äh, hilft doch auf jeden Fall gut Aber ich glaube nicht, dass es nur das Wetter ist Ich glaube, dass es generell Wisst ihr, ähm, wenn man, wenn man das Leben so in Abschnitte unterteilen würde Glaube ich, ist gerade wieder so ein, so ein Schnitt So ein Abschnitt, der quasi gerade passiert Und, äh, man schreitet jetzt irgendwie weiter Und es ist halt immer, glaube ich, relativ schwierig Über so einen Abschnitt hier drüber zu, äh, hin drüber wegzugehen Ich glaube, der letzte Abschnitt, den ich gefühlt so hatte tatsächlich Ähm, war halt mein Umzug nach Köln und so Das ist jetzt fast sechs Jahre her oder fünf Jahre her Ähm, ja, fünf Jahre muss es her sein, knapp Ich glaube, ja, fast, ne, eher fast schon fünfeinhalb oder sowas Ähm, deshalb, äh, glaube ich, ist das jetzt auch so ein bisschen die Umgewöhnungsphase Jetzt neuer Abschnitt, neue Wohnsituationen, langjährige Beziehung vorbei Ich habe einen hohen Platz, ich habe super viel Side-Hustle nebenbei aufgebaut, so, äh Und das ist natürlich dann auch nochmal sehr, sehr viel Ich predict, im Sommer wird alles wieder geil Ich habe auch so eine Phase seit Januar Haben aber viele Leute momentan Also generell, glaube ich, dass 2019 so ein Jahr ist, wie gesagt Wo sich sehr, sehr viel für sehr viele Leute geändert hat Nicht nur auf Beziehungsebene, sondern auch generell in deren Leben so Und, ähm, deshalb, ja, ey, Jan, ich fühle dich in diesem Video hundertprozentig komplett, Mann Und es ist wirklich weird, als ein Mensch, der immer sehr, sehr positiv durchs Leben geht Äh, nee, nee, 2019 hat's angefangen, 2020 ist jetzt, ich weiß Ähm, 2000, ähm, äh, genau, was ich sagen wollte Äh, dass, 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 dass man als, als Mensch, der eigentlich super, super positiv ist Erstmal gar nicht damit klarkommt, wenn dann sowas hittet Wisst ihr, was ich meine? Weil man's einfach nicht gewöhnt ist Man ist es einfach nicht gewöhnt Und so, das war für mich auch echt weird, das so Dass du tatsächlich, ähm, dass du tatsächlich, äh, so ein bisschen zu getten und zu verstehen Wisst ihr, was ich meine? Was macht der Stift, äh, in deinem Finger? Den räume ich mir später den Finger rein für ein neues 6-Millionen-Views-Video Was geht ab, Alter? Deshalb, yeah, yeah So, soviel auf jeden Fall dazu Nächste Woche Samstag ist der Umzug Beziehungsweise, ähm, der Wohneschlüssel, äh, Roomtour wird wahrscheinlich kommen Ich freu mich übertrieben drauf Bin happy, dass das geklappt hat Und, äh, ja, Mann, ich, äh, ich, ich bin gespannt, was 2020 geht Äh, also ich glaube, da ist noch, ähm, Luft nach oben definitiv bei uns allen Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall nutzen Äh, und ich hoffe, dass ich mein Streaming-Game in diesem Scheißjahr wirklich irgendwie auf die Reihe, äh, auf die Reihe will